Willkommen bei den Wirtschaft TV News. Der Gründer und derzeitige Geschäftsführer der Drogeriekette Rossmann will sich zur Ruhe setzen. Der 75-jährige Dirk Rossmann wird seinen Posten als Geschäftsführer zum 30. September des Jahres aufgeben. Das gab das Unternehmen jetzt offiziell bekannt. Zwar bleibt er im Beirat der Rossmann Drogeriemärkte sowie Geschäftsführer und Sprecher der Rossmann Beteiligungs GmbH. Doch die Geschäftsführung der Drogeriekette mit ihren mehr als 4.200 Filialen in Deutschland und sieben weiteren europäischen Ländern wird sein Sohn Raoul übernehmen. Das Unternehmen setzte im vergangenen Jahr rund 10 Milliarden Euro um und beschäftigte mehr als 56.000 Mitarbeiter. Damit liegt Rossmann knapp hinter seinem härtesten Konkurrenten DM Drogeriemarkt aus Karlsruhe. Dirk Rossmann will sich nach Unternehmensangaben zunehmend der Schriftstellerei widmen. Voraussichtlich im Oktober soll sein zweiter Roman, ein Thriller, erscheinen. Titel Der Zorn des Oktopus. Das waren die News bei Wirtschaft TV. Bis zum nächsten Mal.